Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist hier wieder Monkey King LP, wieder auf einem schönen Arbeitstag in Apokalypse-ing. Oh yeah, und weiter geht's mit dem Arbeitstag des Todes. Wir werden uns gleich direkt das kaufen, 60 Sekunden länger. Und das Mistake wieder ausgebadet. Und ich frage mich jetzt echt, was jetzt noch dazu kommt. Wir sind in der dritten Woche. Okay. Have you noticed something? No, yes, you should be ashamed and be more attentive. Oh, er hat eine Sonnenbrille auf. Today we have the next test of your skills. Glasses. Take off the glasses from creatures to see the eyes and avoid mistakes when dissecting them. I hope you know what glasses are hiding the eyes and the eyes can tell a lot. Get started. Okay, es ist in Brille dazu. Oh. The C1 send it where you asked to do or try to crack it. Oh, damn it. Okay. To do this, click the save. Okay. Okay, uh. Du hast Holy Bibles up mit dir. Okay. God, nothing, buddy. Listen, who came? I have thoughts. Here's the description. Waits for the sunset. Pinches oneself. All body covered in blood. I think, yes. Okay. 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 Okay, ja. Du kannst eh. So. Puckatory. Ab in die Hölle. Oh. Du kannst in den Himmel. Hölle. Na Gott, das will. So. Ahaha. Au contraire, madame. So. Und tschüss. Und tschüss. Und du kannst in den Himmel. Ah. Puck, 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 puck. Du da. Not with me, buddy. Und tschüss. Und die Hörner. Ja, hab ich doch schon gesehen. Und du hast die Bibel. Nya, ha. Ah. Nein, das war eh richtig. Der hatte Hölle. Also die Hörner. Das passt schon. Okay. Ah. Ab mit dir. So. Okay. Ah. Himmel. Okay. Du kannst auch in den Himmel. Ab, 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 ab. Die Hörner sehe ich doch meilenweit. Ab in das Purgatory mit dir. Ab in das Purgatory. Purgatory. Und du gehst ins Purgatory. Und du gehst in die Hörner. Tschüss. Purgatory. Himmel. Ah. Ah. Mist. Der hatte Blutwecken. Dammit, 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 dammit. Good day to you, Weeper. Ich habe gerade problems. Ich habe nirgendwo so klein. Hier ist die Description. Finn doesn't understand where he is. Holds the Holy Book firmly. Okay. Den kannst du in die Hörner schicken. Okay. Ab in die Hörner. Ab, 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 ab. Okay. Du bist hier heilig. Äh. Ab in das Purgatory mit dir. Okay. Purgatory. Aha. Ja. Sag mal. Das war ja. Ich habe zwei Mistakes, glaube ich, habe ich gemacht. I chopped lots of the death. Ja. Ich weiß. Wie auch immer du hieß. Ich habe den Abel wieder von ihm vergessen. Ja. Jetzt werde ich wieder 100.000. Da, 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 kriegen. Egal. Oh, jetzt weiß ich. Das sind die Punkte, die ich immer kriege pro Horseman. Okay. Feminine pestilence use the mankind's delusion of maintaining a slim body shape and different diets and successfully reduce the population using fat burning tablets for fitness. The feature is that they burn all the body fat completely. Which leads to death and affects us, we, we, weeper. The amount of our, I mean, the over. Therefore, I propose to send a moon to the planet or we can simply replace the pills with real less harmless ones. What do you think? Okay, ich könnte sagen, äh, oder, ich würde 150 verlieren, plus 150 bei Wollföllerei. Ah, ja. So, machen wir es so. Geht schon. If you make a mistake during a catastrophe, it will be forgiven. Sehr nice. An ancient course breaks the usual course of events. Hmm. Okay. Huh. Schauen wir mal, wie es jetzt weiter geht. Okay, was kommt jetzt? Hmm. Trainee, today is the music day of the second test week. Music? Okay. Recently, I went to a concert of a metal band called Death Minions Whisper, which ended up in Bruce and Riot Deaths. Now these metal heads are sent right here. Everything would be fine if they wouldn't use my name in the title. So now we send all the metal heads with sign of, with sign of the horns to hell. Okay, alle metal heads mit Hörnern. Okay. Yay, Muggle. Okay. Aber du willst nicht, dann ab in die Höhle. Okay. Äh. Okay, anscheinend. Ah, ab in die. Holy. Holy, der heilige Waldo. Ab in das Purgatory, Jay. Ah, du hast die Rot-Durme. Was mache ich denn? Ah, dab, dab, dab. Ab in das Purgatory. Aha. Purgatory. Hey, lustig. So kannst du sein. Purgatory. Purgatory. Heaven. Okay. Sind das jetzt auch die? Okay, wenn er so macht, wenn er die Metal-Hörner macht, dann ist das auch ein Horn. Willst du mich verarschen? Jetzt. What the fuck? Aber der Napoleonische Vorsatz hat das jetzt. Ah, hey, du. Und du kannst in den Himmel. Hey, buddy. Ab in die Hölle. Hey, Napoleon. Oh, er steht sogar auf den Dings. Das ist so süß. Okay. Ah, ab in die Purgatory. Du kannst in den Himmel. Nein. Da, 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 da. Purgatory. Okay, den Hut hätte ich vielleicht noch vorunternehmen sollen. Das war knapp. Ah, tschüss. Ah, Himmel. Ab mit dir. Da, der kommt gleich. Okay, du kannst gleich. Du hast Blut. Ab ins Purgatory. Jetzt wirklich? Das ist so... Ah, Mist. Falsch. Da hätte er nicht ins Purgatory gehört. Okay, du gehst ins Purgatory. Du gehst in den Himmel. Hey, Twini. Hello, friend. I've never seen a funnier client. Just so that I understand. Here's the description. Blood on the floor. Washed off. Wettered pants. Blood on the body. Disappeared. I think you should... No, up in this Purgatory. Hello, how are you? An engine visitor knocked on me. Okay. Here's the description. Drop weapon. Blood on the floor. Washed off. Pinches oneself. Send him to hell. No, Purgatory. Dude. Okay, was ist das? Weepstall joke. Drop weapon. I think he should... Yes. Das ganze in Purgatory. So, okay. Up in den Himmel. Aha. Nicht mit mir. Work's done. Best. Worker. At all. At all. Have everything. I'm the best. Okay. Woo. Wir haben schon 2420 Punkte bei Reaper. Ah, das sind die vier Reiter der Apokalypse. Das ist jetzt schon mal wenigstens zumindest jetzt mal klar. Gut. Was können wir jetzt jetzt machen? Ähm. Bambadam. Ja, ich nehm noch eine Runde auf. Eine Runde machen wir jetzt. Silence. Ja, wir werden jetzt mal das Telefon silenzen, weil das ist dann doch ein bisschen jetzt nervig schon. Gut. Sorry, but there's a hilarious news. Famine has decided that he hasn't enough food. Famine. Okay, das muss ich schauen, ob ich das richtig ausgesprochen habe. So, he asked us to send everyone not ready to give up gluttony to hell. Okay, das heißt, das Essen jetzt. Oh my god. You understand, huh? Hermione wants to eat everything himself and I'm not surprised. In general, if you see someone with food in their hands, send him to hell. Let's go. Okay, Essen in der Hand. Hölle. Okay. Uh, Purgatory. Metal. Da, 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 da. Madame. Up in den Himmel. Okay, just... Yay. Okay. Da, du kommst in die Hölle. Du bist die Waffe nicht aufgeben. So, ah, Purgatory. Okay. Hölle. Da, 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 da. Ernsthaft, das nervt mich ein bisschen, dass das so... Ich meine, sie wollen ja alle da rein, aber trotzdem. So, Metalhead, ab mit dir. Okay, so. Beep, ab. Ah, ab in die Hölle. Du bist das Essen nicht aufgeben. Okay. Aber, 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 so. Der könnte sowieso... Katastrophe, the sun strikes back. Okay, jetzt habe ich Angst. Okay. Himmel. Oh Gott, er. Oh Gott. Dapf, du wirst nicht hören, naja. Ab mit dir, Baywatch girl. Ah, gut, da, jetzt werde ich wieder... Dapf, ab in die Hölle. Du darfst in den Himmel, Penela. So. Ab in die Hölle, du wirst das Essen nicht aufgeben. Hölle. Ah, du hast holy eyes. Ab mit dir. Dapf, tsch, tsch. Ah, Mist, Mistake. So, nein. Ab in die Steins. Ah, holy Bible. Ah, better. Ah, du hast eh holy Bible. So. Ah, du hast eine Waffe, die wirst du nicht aufgeben. Pukatory. Ah. Warum immer bei der Mumie? Okay, whatever. Sea of Truth. Uff, so. Uuuuh. Es geht ja voran. Es geht ja voran. So. Gut. Werde ich jetzt den Schnitt setzen? Ah, es ist mir noch ein bisschen zu kurz. Eine Runde machen wir noch, geschwind. So, Lavier. Ja, 60 Sekunden länger. And strange phone calls enable. Ja, warum nicht? Wir haben so viele Punkte. Gut, once a long time ago, I made the wrong choice. I denied a plate of rice and choose a delicious burger. Das ist ja nicht schlimm, oder? This is the case of the past days, but I still have my cousin and groaning me, because the current discurses, consumes, or rather lack of it. Some creatures have it, and it does not allow them to go to purgatory, and they demand something else. Send them to hell, or we are, uh, we are the law. The 4-Ari law. Okay. Alle, die jetzt nicht ins Purgatory wollen, gehen gleich automatisch in die Hölle. Okay. Ah, du darfst der, äh, Himmel. Ah, babadab. Babadab. Ah, tschüss. Äh, Purgatory. Okay, du musst das Essen nicht aufgeben. Oh, shit. Okay, äh. Aha! Ab in die Hölle. Purgatory. Da da. Himmel. Hölle. Haha! Ah, haha, ich bin so ein guter Tod. So, ah, du wolltest, die wolltest ja eh alle rein, also. Okay. Nimm netix hijacked and bars and ripped off a cliff. Okay? Okay, du darfst. Äh, du darfst auch. Okay, du darfst auch. Du bist zu verrückt. Ja, ja. Ah, Purgatory. Okay, bis jetzt ist noch kein einziger gewesen, der sich geweigert hatte. Ah, but a jacky boy. So. Ah, Mistake. Dammit. Up in den Himmel. Up, 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 up. Okay. Good day to you, Reaper. I've got some difficult ideas with a very odd inventory. What do you do? Hier sie zu schreibt schon. Pale blood on the body disappeared. Blood on the floor washed off. Should I send him? Yes, darfst du senden. Okay. Up, me dear. Up, me dear. Up, me dear. Up, me dear. Jetzt machen sie es aber ein bisschen zu lang. Okay. Versuch sie. Hülle. Aha. Good day. Okay. Was ist die Aufgabe? Also, was ist die Beschreibung? Blood on the floor washed off. Say hello. Drop weapon. Blood on the body disappeared. I think you should know. Pukatory. Hello. Hier ist die Beschreibung. Giant horns. No. Okay. So. Oh, jeez. Tidididish. Ich verstehe nicht, dass es immer herkommt. Aber es ist halt da. Es ist halt da. Nicht? Okay. Okay. Passt. So. Okay. Jetzt will der Krieg was. Was willst du denn Krieg? Ja, mach mal das noch. Ares Odin Seth Reaper. I didn't put your name in that row occasionally. We do want everyone else to do the same, Reaper. It's simple. Just work the next day for me and I see what I can do in return. Okay. You'd make a great warrior. We won after work. Okay. Was wills. Lead by feminine people. I found the world's first fast food restaurant. In the future, without the proper knowledge and habits, thousands of people will die of hunger because of waiting long in lines and more people will die from overeating tasty and unhealthy food. We cannot stop the progress and the survival of the fittest, but we can add our own expense when the program says, no, I don't want a petty thank you, which will slightly reduce the losses. What do you think of this? No doubt, you need to go for it. Ah ja, machen wir mal. That's good. Okay. So, na, wenn ich jetzt hier, glaube ich, die Frage ist, wie kann ich hier, aha, so geht das. Okay. Stop it. No. Okay, wo bin, wo bin ich, äh, kurz, Moment, äh, ich war irgendwo Woche 2. Woh, warte mal kurz, so. If you make a mistake for the first time, okay, das machen wir und 100% kann dafür change on the level for the second, okay, machen wir auch. Oh, das war teuer, shit. Okay, hier, nein, äh, wir werden jetzt hier hingehen und wie gesagt, wir werden jetzt einen Schnitt setzen, damit wir das jetzt mal haben, dann haben wir mal die ersten paar Parts von dem Spiel. Also, ich finde es lustig, ich hoffe, es euch gefällt euch auch so und wir sehen uns alle beim nächsten Mal, meine Freunde. Also, see ya. Let's play. Let's play.